Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP und welches Kart ich jetzt nehmen werde, ist nicht klar, aber ich nehme das Miss Pac-Man Kart, weil ich Waluigi bereits gefahren bin und ja, ein bisschen Abwechslung gehört auch dazu und das ist jetzt normal, nicht mehr einfach. Ja, die Strecke sollte man noch aus Teil 1 kennen. Und das Bild auch, das war glaube ich das gleiche Bild. Puh, es ist, das Item kenne ich noch aus dem ersten Teil, glaube ich, aber ich kann nicht deuten, was das ist und da drüben steht Diddy Kong, der zwar irgendwie aussieht wie auf dem N64, aber die Polygone gehen in diesem Level bestimmt für bessere Dinge drauf. Dann müssen sie an Diddy Kong sparen. Das tut mir leid, Diddy Kong. Aber die Item-Boxen haben nun mal schon allein mehr Polywürne als in den normalen Teilen, von daher Hey, ich weiß es nicht mal. Ich habe keine Ahnung, wie man das erkennt, wie viele Polygone das hat. Ich weiß nur, dass diese, dass diese existieren. Und ich bin komplett scheiße in dem Game. Neun Runden. Na, hier musste ich doch so. Ich erinnere mich an Teil 1, das war ja auch schon so scheiße, da habe ich auch immer die Items verpasst. Äh, nicht die Items, das ist aber die, die, die Coins. Ja, mit Miss Pac-Man lässt sich eigentlich auch ganz gut fahren. Oh, Junge, was ist das? Schade, dass ich den Magnet nicht die ganze Zeit mehr verwenden kann. Oh, davon ist Waluigi. Kann ich ja froh sein, dass ich ihn nicht genommen habe, wenn er so schlecht ist. Kommt schon. Ach, Mann. Ach, das ist schon die letzte Runde. Schade. Das ist einfach nur schade. Natürlich, die Bugs sind immer noch da. Irgendwie sieht Miss Pac-Man komisch aus. Pac-Man ist so ein Charakter, der ist einfach nicht, der war einfach nicht dafür geeignet, länger als bis höchstens 16-Bit zu existieren. Also, das ist echt. Es ist tragisch. Aber Pac-Man ist tot. Ferry, Tinkerbell, All Bad Conditions, Vanish. Äh, was bringt mir das? Das ist ein ziemlich sinnloses Item. Da müssen zwei Faktoren aufeinandertreffen. Ah, Banana Wounds. Die Map war eigentlich ganz gut. Da gab es so eine coole Abkürzung. Da müssen zwei Faktoren aufeinandertreffen. Und zwar einmal. Dass man das Item hat. Und dass man von einem anderen Item getroffen wurde. Innerhalb der letzten... Ja, keine Ahnung. Zehn Sekunden hält das vielleicht so ungefähr. Und das wird nicht passieren. Von daher. Die haben die Abkürzung weggemacht? Als ob. Oder war das... War das erst in der zweiten? In der zweiten Variation? Aber zu früh gedrückt. Die Abkürzung? Wart ihr erst da? Ich weiß es nicht. Nicht, hier ist sie. Ja, also die Abkürzung. Ich hatte schon Angst zu meiner Abkürzung. Oh nein, hier muss man springen. Stimmt, jetzt erinnert mich. Ah, es ist einfach... Es ist einfach cool. Es ist zwar... Es mag zwar die Faulheit der Entwickler gewesen sein. Aber, dass man die alten Strecken noch mal spielen kann, das ist eigentlich schon ganz... Ganz entspannt. Donkey Kong Instant Karma, Junge. Instant Karma. Zack. Ach man, ich muss mehr auf die Mario Kunze achten. Oh, das war scheiße. Bam. Easy. Oh nice. Auf die Mario Kunze. Die hatte ich eigentlich vergessen, aber habe ich auszusehen eingesammert. Zack. Perfekt. Waren das alle oder habe ich eine verpasst? Ne, es waren alle. Weiß. Ah, die Kurve, die kriege ich nicht auf die Reihe. Und hier fehlt auch noch einer. Und die fehlt auch noch. Ah, ich bin zwar für, dass ich alle Mario Kunze bekomme. Ah, hier trifft dich irgendwie falsch. Hier mache ich was falsch. Aber bei, das habe ich jetzt ganz gut hinbekommen. Ah, Mann. Es wird nur eine einzige. Das ist natürlich bitter. Oh. 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 Vor allem sieht Mist, Pac-Man aus wie ein Spielzeug. Aber Pac-Man auch, ne? Ja. Also, der Arm ist da so reingesetzt. Das ist so wahrscheinlich zu sein. Aber. Na gut. Ich würde mich jetzt nicht über Pac-Mans 3D-Fassung aufregen. Ich würde jetzt Mario Kart spielen. Oh, das ist Yoshi Kart. Das Ei aus Mario Kart DS. Ja, Mario Kart DS war schon das Beste. Das wird wohl immer ungeschlagen bleiben. Die K-Changer. Ach, jetzt wieder. Ach, diesmal bei Regen. Das war schon Teil 1 so. Also, es ist lustig, diesen Vergleich zu Teil 1 immer zu haben. Wobei, es ist halt schon... Doch, es ist schon zwei Jahre her. ...als ich Teil 1 gespielt hatte. Als habe. Ah, es war wieder zu früh. Ach, scheiße. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall schon wieder... ...so lange her, dass ich Teil 1 gespielt habe. Und deswegen habe ich auch schon einiges vergessen. Oh, Junge. Junge. Das ist nicht gerade wirklich passiert, oder? Ein Schild. Was bringt mir denn das Schild, wenn ich driften kann? Ah, dachte ich mir. Komm her, Luigi. War, war, Luigi. Ob ich noch gewinnen kann? Das war schlecht. Tschüss. Diesen Stab habe ich schon Teil 1. Akul gefunden. Der ist so richtig so zack. Ist ja auch lustig, wenn die Piranha-Pflanzen noch einen... ...erwischen könnten. Das wäre, glaube ich, zu hart. Also. Die Kurve ist so schon schwer zu bekommen. Und wenn du danach aufpassen musst, dass du nicht zu weit in die Mitte fährst. Das könnte schon etwas schwierig werden. Zack. Du, 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 du. Ach, jetzt fällt mir das auch wieder auf. Der gleiche Bug wie in Teil 1. Also Bug mehr oder weniger ist es. Es ist kein Bug, weil... Weil das dadurch zustande kommt, dass ich ein Hack aktiviert habe, aber... Ah, ich sollte vielleicht erst mal sagen, worüber ich überhaupt rede. Und zwar habe ich über den Regen geredet. Das ist ja wie eine Textur. Also es ist keine Textur. Oh, ich kenne mich halt ernsthaft so genommen. Ich kenne jetzt nicht aus. Ja, der Regen ist auf jeden Fall... ...nur bis zur Hälfte angezeigt. Das ist das, was ich sagen will. Der Außenrand fehlt, weil ich ein... ...16 zu 9 Hack habe. Galaga-Ips. Toll. Ich kann es mir nicht durchlesen. Es ist einfach zu kurz. Der Röp, der Röp, der Röp. Banana Wounds. Was ist der? Gleich wie... Ja, es ist immer so. Ah, warte mal, dann nehme ich mal Galaga. Also ich nehme auf jeden Fall den Stern. Dann nehme ich noch... Oder mache ich jetzt einfach... ...B drücken, also... ...nimm ich diese komische Galaga-Ding... ...und den Riesenpilz. Das ist auch ganz cool. Wobei nein. Ich nehme den Magnet. Aber ich gucke zuerst noch, was das Galaga-Ding-Bopp macht. Achso, ich habe es schon ausgewählt. Na toll. Da kann es mir mal... Ach doch, ich sehe es doch jetzt noch mal. Schutz vor Ort, okay. Okay, das ist jetzt nicht so cool. Das heißt, die Clowns-Kutsche. Plus so eine Kutsche. Ich finde... Ich finde... Was soll das? Warte mal, da oben ist noch ein Diddy-Korn. Oben in der Ecke. In diesem Haus. Da steht noch ein Affe rum. Lustig. Oh nein, das ist so ein Item. Das ist eins, wo ich selber ziehen muss. Das Geräusch. Ah, Junge. Die Kurve war richtig schlecht. Aber jetzt sieht man es wieder mit dem Regen. Was ich meinte... Was entsteht halt, weil ich diesen Whitescreen-Hack aktiviert habe. Oh Mann. Oh Junge, das ist das Item. Das erinnere ich mich auch noch. Das ist nicht die Metal Cap aus... Oh, das bringt der Galaga-Boss cool. Das ist nicht die Metal Cap aus Mario 64. Das ist... Etwas Schlechtes. Wenn ich mich richtig erinnere. Am Ende ist es doch die Metal Cap. Aber nein. Nein, das ist nicht hier. Ich mag das Galaga-Boss nicht. Und Platz 1 hat zu viel Abstand. Ich werde nur verlieren. Und ich habe bisher nicht einmal den Magneten bekommen. Und jetzt ratet mal, welches Item ich am meisten will. Nein, das ist nicht der Stern. Und das ist auch nicht der Galaga-Boss. Wobei der Stern cool ist. Der Stern ist vielleicht sogar OP. Ich habe immer noch kein einziges Mal diesen... Das gibt es nicht. Jetzt bekomme ich den Magnet. Jetzt wo keine einzige Münze mehr da ist. Bekomme ich den Magnet. Uff. Das ist wirklich ein sehr großes... Uff. Äh. Lock on shot. Mask will cover by this photo. Aha. So. Challenge Game. Das Beste am Game. Ja, diesmal löst ich es nicht immer vor. Beat down Koopas using a hammer. Get Mario Coin by number of KO. Das ist wie in Teil 1. 10 Tee. Steht erst für 10 Tonnen. Und das ist zur Abwechslung kein Wurzwitz. Okay. Okay. Zack. Zack. Oh Mann. Diese Animation. Wie die Koopas laufen. Legendär. Gibt es denn, warum ich so langsam bin? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Denn ich habe gewonnen. 15. Und 15. Und 15. ist die IK Clear. Naja, klar. Von diesem... Von diesem... Track in dem... Von diesem Menü-Track, also der Hintergrundmusik, hatte ich auch wieder mal den ganzen Tag ein Ohrwurm. Das ist echt ansteckend. Was ist das denn? Smoke Appears Spin Out and Hit. Aha. Mhm. Ein weirdes Item. Achso. Das war's schon. Dann bis zum nächsten Part.